Aloha, liebe Sternenschwester, lieber Sternenbruder. Ja, ich bin Daniela Christina Pflanzer und ich freue mich so sehr und du kannst es gar nicht glauben, ich bin ganz aufgeregt, dich einzuladen für ein Webinar und zwar kostenlos zum Thema Energie-Upgrade mit den Sternenvölkern. Wenn du Lust und Zeit hast, auch ein bisschen mehr zu erfahren über die Sternenvölker und dich daran zu erinnern und auch wirklich ein bisschen einzutauchen in das, was durch dich kommt, durch deinen Lichtkanal kommt, dann lade ich dich ein, dich kostenlos einzutragen und dabei zu sein bei diesem Webinar. Ich freue mich, es ist eine große, große Ehre, dich dabei zu haben und ich zeige dir dann auch noch ein paar Werkzeuge der neuen Zeit oder erinnere dich daran, du wirst es sehen. Sei dabei, ich freue mich. Großes Aloha zu dir, danke für dein Sein. Ich freue mich. Vielen Dank.